Stellt euch vor, ihr rollt mit eurem M1A5 in Battlefield 2042 über die Map Caspian Border und am Horizont erscheint ein britischer Mark V Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Von was ich hier rede, fragt ihr euch? Das erfahrt ihr in diesem Video. Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück, ich bin es wieder, euer Los und willkommen zu einem weiteren Video zu Battlefield 2042. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, steht ja der Countdown. Es ist noch knapp ein Monat an diesem Tag, am 23.06. haben wir jetzt, bis zum Reveal des weiteren Modus oder der weiteren Säule von Battlefield 2042, die auf der EA Play am 22. Juli angekündigt werden soll. Wir hatten ja bisher Sachen wie All Out Warfare mit Conquest und Durchbruch, dann den Hazard Zone Modus, wo auch noch nicht ganz klar ist, wird später im Laufe des Jahres noch angekündigt. Und jetzt eben auf der EA Play werden wir eben diesen sogenannten, bisher bekannten Reducted Modus kennenlernen. Und Reducted steht dabei zu Deutsch für zensiert oder auch editiert. Und jetzt kursieren da draußen ein paar Gerüchte, um was es sich handeln könnte, die zum Teil auch schon Monate alt sind. Und von daher so ein bisschen, könnte man auch sagen, ja, Glaubwürdigkeit bekommen. Aber ganz wichtig, erstmal hier Disclaimer zu Beginn, take it with a grain of salt, wie es der Ami sagt. Das Ganze sind natürlich nur Gerüchte und es gibt keine harten Fakten, die das belegen. Aber irgendwie hört es sich doch glaubwürdig an. Die Rede ist hierbei von dem sogenannten Battlefield Hub. Ich habe dem einen oder anderen, der mir im Livestream gefolgt ist und dabei war, wahrscheinlich schon mal davon erzählt, um was es sich dabei handeln soll. Und zwar soll es im Endeffekt ein übergreifendes Battlefield sein, wie der Name Hub schon sagt. Das heißt, dass unterschiedliche Battlefield-Teile, Battlefield 3, Bad Comp, Battlefield 1 und 5 und so weiter, in diesem Battlefield Hub enthalten sein sollen. Allerdings nicht so, wie wir es bisher aus den letzten Teilen gekannt haben, dass wir ins Spiel gegangen sind und von Battlefield 1 aus über gleich in Battlefield 5 reingehen konnten und umgekehrt. Also nicht wieder das Game beenden mussten, um das andere zu starten. Sondern es soll wohl ein eigenständiger Spielmodus sein, indem wir auf altbekannten Karten, Fan-Favorites unter anderem, deswegen habe ich gerade das Beispiel Caspian Border genannt, mit Equipment und Ausrüstung aus den anderen Teilen komplett im Sandbox-Design gegeneinander antreten können. Also das Beispiel, nehmen wir einfach einen Emberims aus Battlefield 3, kämpft gegen den Panzer, gegen den Panzer 4 aus Battlefield 5 auf dem Schlachtenfeld, weil diese Parteien oder man diese Ausrüstung entsprechend wählen können soll. DICE beschreibt diesen Modus folgendermaßen, ich übersetze euch das ins Deutsche. Und zwar Reducted. Als Liebeserklärung an unsere eingefleischten Fans, naht eine neue Art, Battlefield zu spielen. Entdecke unerwartete Schlachten und das riesige Battlefield-Universum mit diesem Spielerlebnis, das wir bei EA Play am 22. Juli präsentieren werden. Das klingt schon ein bisschen danach, was ich gerade versucht habe zu erklären. Das heißt, eine neue Art, Battlefield zu spielen. Wir haben nicht zwei Kontrahenten-Parts in der jeweiligen Zeitzone, wie zum Beispiel Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder jetzt Upcoming, leicht futuristisch angehauchte Moderne, sondern man nimmt sich Teile aus alten Battlefields, nimmt diese Settings, packt sie in einen Battlefield-Hub und gibt dem Spieler die Möglichkeit, wohl selber zu entscheiden, welches Equipment er nimmt. Ob es am Schluss so sein wird, dass man auswählt, welche Fraktion man hat, es unterschiedliche Server gibt. Zum Beispiel Battlefield 1 spielt jetzt gegen Battlefield 5, also Erster gegen Zweiter Weltkrieg. Oder wahrscheinlich, vielleicht sogar noch eher, der Soldat selber kann sich aussuchen, welches Fahrzeug er droppen will aus den entsprechenden Spielen oder welche Waffe er spielen will, wäre natürlich abgefahren. Darüber hinaus beschreiben die Gerüchte das Gameplay auch folgendermaßen. Das Ganze soll auf der Battlefield 2042 Engine aufgebaut sein, die neueste Frostbite Engine, Weiterentwicklung. Das heißt, wir werden nicht mit den jeweiligen Movement Mechanics, wie zum Beispiel jetzt im Bad Company, wo man sich ja nicht hinlegen konnte oder auch nicht entsprechend seitwärts schräg, seitwärts gehen konnte, wird man jetzt nicht damit rumlaufen müssen, sondern es ist wirklich alles auf 2042 aufgebaut. Darüber hinaus sollen auch die Spezialisten in diesem Modus am Start sein. Das heißt, Leute, die sich vielleicht jetzt gefreut haben, hey, endlich kann ich die normalen Klassen spielen, was ich immer noch nicht verstehe, was ist das Problem dabei ist mit dem neuen System. Die müssen leider auch mit den Spezialisten wohl in diesem Modus zurechtkommen, laut den entsprechenden Gerüchten. Das Ganze wird auch beschrieben als absoluter Fun-Modus in Battlefield. Das bedeutet Sachen wie Balancing, wo sich der eine oder andere jetzt wahrscheinlich schon Gedanken drüber gemacht, hey, wie soll ein Panzer aus dem Ersten Weltkrieg eine Chance gegen einen modernen Tank haben? Ja, diese Frage haben sie sich auch gestellt und im Endeffekt damit beantwortet wohl, dass das Ganze nicht unbedingt gebalanced sein muss. Ich meine, wir befinden uns in einem Computerspiel und natürlich werden da Sachen wie Trefferzonen, dies, das, verunterschiedlich behandelt im Vergleich zum realen Leben, vielleicht auch Munitionsarten. Aber ich denke natürlich schon, dass du auch die Möglichkeit besitzen solltest, mit einem alten Panzer einen neuen Panzer zu zerstören. Aber das kommt wahrscheinlich auf deine Fähigkeiten und dein taktisches Verständnis an. Überraschungsmomente und so kommen mir da in den Sinn. Aber ich finde es grundsätzlich eine interessante Sache, weil sonst wäre das Ganze natürlich auch schmarrn, wenn jeder Tank den gleichen Schaden macht. Dann wären diese ganzen Tanks ja im Endeffekt nur Reskins. Aber scheinbar sollen sie wirklich schon ihre Fähigkeiten, die sie halt anhand ihres Alters haben, behalten. Und ja, der moderne Tank hat eventuell einen Vorteil gegen den alten Tank haben. Aber wie gesagt, das Ganze soll eben ein absoluter Fun-Modus sein, so ein richtiger Spielpark im Rahmen dieser Sandbox und eben balancing technisch natürlich nicht so hundertprozentig am Start sein, wie sich vielleicht der eine oder andere in dem Basegame natürlich wünschen würde. Mich würde jetzt mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Wir haben jetzt vor Monaten schon mal dieses Gerücht gehabt, was von den einen Leakern in den Raum geschmissen wurde, von anderen Leakern dementiert wurde, dass das nicht der Fall ist. Jetzt kommt es wieder auf. Es gibt neue Informationen, neue Gerüchte dazu. Und wir müssen natürlich schlussendlich warten, bis zum 22. Juli wahrscheinlich spätestens, bis wir hundertprozentig wissen, um was es sich bei diesem Monat handelt. Wenn man sich aber die Informationen mal so durchliest, die offiziellen Informationen dazu, von da jetzt mit diesem Love Letter an die Battlefield-Veteranen und dass man Battlefield, das Universum von Battlefield, ganz anders nochmal spielen werden kann, klingt das mit der Kombination der Gerüchte natürlich schon irgendwie plausibel. Aber wie gesagt, take it with a grain of salt, das sind Gerüchte, das ist nicht hundertprozentig bestätigt, ganz und gar nicht. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass in der Vergangenheit auch zu Battlefield 2042 die ein oder anderen Gerüchte und Leaks da draußen umhergeschwebt sind, die sich schlussendlich ja auch bewahrheitet haben. Schreibt aber am besten mal unten in die Kommentare, was ihr von so einem potenziellen Fun-Fun-Fun-Fun-Fun-Modus halten würdet und was eure Meinung einfach dazu ist. Und wenn ihr natürlich kein Video zu Battlefield 2042, unter anderem zu dem neuen Modus, wenn er dann spielbar sein wird, verpassen wollt, dann kann ich euch nur raten, haut das Abo rein. 120% der Leute, die mir folgen, sind noch nicht Abonnenten, habe ich in den Statistiken gesehen. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um eben keine Benachrichtigung darüber zu verpassen. Leute, in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, gerade euer Ziel immer am Auge. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich bin erstmal raus. Euer Lost. Ich bin erstmal raus.